Die Botschaft von Fußproblemen erkennen und verstehen. Darüber geht es in diesem Video. Füße haben nicht nur etwas mit dem Gehen und dem Stehen zu tun, sondern ebenso mit dem Verstehen. Wenn ich also etwas nicht verstehe oder verstehen will, kann ich Beschwerden an Beinen oder Füßen bekommen. Solche Beschwerden sagen mir auch, dass ich in eine falsche Richtung gehe oder es unterlasse, in die richtige Richtung zu gehen. Dass ich meinen Standpunkt ändern muss oder dass ich nicht genügend Stehvermögen habe. Vielleicht bin ich auch schon zu weit gegangen. Die notanwendigen Schritte müssen jetzt also getan werden. In jedem Fall also muss ich meinen Weg überdenken und prüfen, ob meine Schritte wirklich zum Ziel führen, ob mein Standpunkt richtig ist und auch, ob ich genügend Stehvermögen entwickelt habe, um die Schwierigkeiten auf dem Weg zum Ziel zu überwinden. Das war mein heutiges Impuls zum Thema Die Botschaft bei Fußproblemen erkennen und verstehen. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich sehr, wenn gefällt mir. Abonniere den Kanal für weitere Video-Updates. Gerne kannst du das Video auch auf Facebook teilen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Dein Martin Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.